Als Deilmincier werden in den Quellen des Ostfränkischen Reiches vom 8. bis 10. Jahrhundert an der Elbe lebende Slaven bezeichnet. Der von ihnen bewohnte Landstrich hieß Deilmincien. Gau Das Gau-Deilminci genannte Siedlungsgebiet umfasste das Meißener Land und die Lommatscher Pflege zwischen der Elbe und dem Raum um Döbeln und Mügeln, reichte aber auch auf die östliche Elbseite ins Großenhainer Land herüber nach Tietmar von Merseburg rührte der Name von den Deutschen her. Dabei wurde offensichtlich der historische Name Dalmatien auf diese slawische Gruppe bzw. Region übertragen. Sie selbst nannten sich Glomeschi nach dem zentralen Heiligtum Glomusi, einem seit 1845 verlandeten Quellteich bei Lommatsch bzw. Paltschin. Erstmals werden die Deilmincien anlässlich eines Kriegszugs 805 gegen die Burg Kenberg in Böhmen erwähnt, der Karl den Jüngeren. Einen Sohn Karls des Großen durch das Verino-Feld, Warnenfeld und das Gebiet Demächion führte. Hier kämpfte er gegen deren König Semmela und besiegte diesen. In der Beschreibung des bayerischen Geografen aus der Mitte des 9. Jahrhunderts werden die Deilmincien als höstliche Nachbarn der Sobben bezeichnet. Die Zahl ihrer Civitates, wohl schon mit einer zentralen Burganlage, wird mit 14 angegeben, Expansion des Ostfrankenreiches. Im August 856 zog der ostfränkische König Ludwig II. mit seinem Heer zunächst durch das Land der Sobben, deren Herzöge zu ihm stießen, und überwand anschließend in einer Schlacht die Deilmincien, die ihm Geiseln stellen und Tribut zahlen mussten, um von dort aus durch das Land der Böhmen zu ziehen. 880 versuchten die Deilmincien zusammen mit den Böhmen, Sorben und übrigen Nachbarn nach einer Niederlage der Sachsen durch die Normanen in Thüringen einzufallen und suchten die den Thüringern, ergebenen Slaven an der Saale mit Raub und Brand heim. Sie konnten jedoch von Popo, dem Herzog der Sorbischen Mark, zurückgeschlagen werden. Nach weiteren Kriegen mit Konrad I. zog Heinrich I. um 908 gegen die Deilmincien ins Feld, die gegen ihn die Magierin zur Hilfe holten. Endgültig unterworfen und als Maggrafschaft Meißen ins Reich eingegliedert wurden die Deilmincien erst 928-29. nach der Zerstörung ihrer Hauptburg, Ghana, die durch archäologische Ausgrabungen bei Hofstauchitz an dem kleinen Fluss Jana mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit lokalisiert werden konnte. Zur Sicherung des neu gewonnenen Gebietes gründete Heinrich die Burg Meißen, die allerdings nach der Niederlage eines sächsischen Heeres gegen die Böhmer im September 936 dauerhaft wieder verloren ging. Erstmals in den 970er Jahren wird zusammen mit Deilmincien auch der Gaunessahn erwähnt, womit der ebenfalls von Slaven besiedelte Dresdner Elbtalkessel zwischen Gauernitz und Pirna bezeichnet wurde.